Die USA sind eines der am höchsten verschuldeten Länder der Welt. Es macht nicht den Anschein, als würde die nächste Präsidentin oder der nächste Präsident etwas daran ändern wollen. Wozu das führt, darüber spreche ich heute im Studio der Presse mit Jakob Zierm. Hallo. Hallo. Es ist so üblich, dass in den USA bekannte Personen wie Musiker oder Schauspieler vor den Wahlen äußern bzw. auch Wahlempfehlungen abgeben. So sagte US-Schauspieler Matt Damon, ich wünschte, jemand würde über unsere 34 Billionen Dollar hohen Schulden sprechen. Tun wir das doch. Die Staatsschulden liegen in den USA mittlerweile bei über 35,8 Billionen Dollar. Das entspricht 124 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Da liegen nur Japan, Italien oder Griechenland höher. Warum sind die Schulden so hoch? Ich meine, da muss man ganz kurz ein bisschen zurückschauen in die Vergangenheit. Bis in die 70er Jahre waren die US-Staatsschulden eigentlich relativ okay mit 35 Prozent. Dann kamen die 80er Jahre. Ronald Reagan hat das berühmte Wettrüsten gegen die Sowjetunion gemacht. Das wurde gewonnen schlussendlich. Der Ostblock ist zerbrochen. Das hat aber die Staatsschuld massiv einen Hauf schnellen lassen auf ca. 70 Prozent. Das hat sich ca. verdoppelt. Dann in den 90er Jahren hat man das ein bisschen wieder konsolidiert und dann kamen eben in den Nuller Jahren dann die Finanzkrise und dann 2020 Covid. Und das hat beide Male, wenn man sich die Statistik anschaut, beide Male so einen richtigen Zacken nach oben gemacht. Vor allem da sind die Dämmerichte gebrochen nach der Finanzkrise mit dem Quantitative Easing und der Nullzins-Politik, die wir auch hier in Europa hatten. Und das hat jetzt in Summe einfach dazu geführt, dass die Schulden sich über die Zeit einfach massiv angesammelt haben. Und vor allem in den letzten Jahren, ähnlich wie es auch in Österreich zur Fall mit unserem berühmten Kostes, was es wolle, hat man eine ähnliche Politik auch in den USA gehabt. Weder, egal ob jetzt ein Republikaner oder ein Demokrat an der Macht war, es wurde einfach definitiv immer mehr Geld ausgegeben, als eingenommen wurde. Wenn man sich jetzt die Wahlkampfthemen anschaut in den vergangenen Wochen, hat das keiner der beiden Kandidaten jetzt aber so recht für sich zum Thema gemacht. Wieso? Na es ist so, beide Präsidenten haben hier in ihren Wahlversprechen so, dass es dazu führen würde, dass die Verschuldung weiter ansteigen würde. Das ist auch das, was zum Beispiel das Congressional Budget Office sagt, dass bis 2034 die Schulden laut den derzeitigen Projektionen um weitere 20 Prozentpunkte ansteigen werden. Und was ist der Grund dafür? Kamala Harris ist als Demokratin tendenziell wie immer halt eher für einen starken Staat, das heißt für einen weiteren Ausbau des Gesundheitssystems beispielsweise, wo es jedoch in ihren Wahlversprechen drinnen, dass Erstkäufer von Wohnungen sollen eine Anzahlungshilfe von 25.000 Dollar vom Staat bekommen, wo sie nicht dazu sagt, wie das finanziert werden kann. Und gleichzeitig soll auch die Mittelschicht entlastet werden. Ansonsten in der Vergangenheit waren republikanische Präsidentschaftskandidaten oft, die durchaus das Thema Schulden thematisiert haben. Umgesetzt wurde, haben sie dann meistens trotzdem eine Schuldenpolitik. Der einzige Präsident, der in der jüngeren Geschichte eigentlich einen Konsolidierungskurs gefahren hat, war Bill Ginten, der Demokrat in den 90er Jahren. Aber bei Trump ist es besonders heftig, dass er eigentlich Schulden überhaupt nicht als Thema thematisiert, weil er auch in seiner ersten Amtszeit zwischen 16 und 20 ganz massive Steuersenkungen gefahren hat. Und diese Steuersenkungen führen heute noch dazu, dass die Verschuldung so hoch ist. Das heißt, die Ökonomen sagen sogar, dass unter dem Präsidenten Trump die Verschuldung wahrscheinlich noch stärker steigen würde als unter der Präsidentin Harris, was durchaus ungewöhnlich ist. Also er verspricht ganz viel, möchte die Steuern weiter senken und spricht eigentlich davon, dass der Staat sich mehr oder weniger durch die Zölle, die er neu einführen will, finanzieren soll. Wie das gehen kann, ohne dass da hier die Wirtschaftszusammenbruch bricht, ist schwierig zu sehen. Aber im Endeffekt ist eines klar, beide US-Präsidenten werden Schuldenpräsidenten sein und deswegen thematisiert auch keiner, dass der andere da so handeln wird. Niedrigere Steuern heißen weniger Einnahmen. Zum Defizit kommen wir gleich. Zuerst aber noch die US-Finanzministerin Janet Yellen hat schon öfter gefordert, die Schulden-Obergrenze, so wie sie in jetziger Form eben gestaltet ist, die wird eben regelmäßig festgelegt, dass man die ändern soll. Wäre das gut? Naja, das ist eine schwierige Frage. Eigentlich ist diese Schulden-Obergrenze ein bisschen natürlich ein Machtspiel. Das sehen wir alle paar Monate oder zumindest einmal im Jahr circa kommt das. Da geht es dann immer um die Mehrheitsverhältnisse im Kongress oder im Senat, ob diese Schulden-Obergrenze quasi weiter verlängert wird. Und droht dann immer dieser Shutdown des gesamten Landes, dass kein Staatsbediensteter mehr Geld bekommt, dass vielleicht die Anländer nicht gezahlt würden, dass die Nationalpaktes geschlossen werden etc. Das ist immer ein großes Thema. Am Ende geht es immer durch, weil jeder weiß, das wäre so ein Wahnsinn, wenn sie das wirklich machen würden. Deswegen wird es immer wieder verlängert. Das heißt, dieses Spiel würde man sich ersparen sozusagen, dass es eigentlich mehr ein Machtspiel ist. Das Problem ist nur, die Schulden-Obergrenze hat durchaus auch einen Sinn. Das haben ja viele andere Länder sie auch deswegen eingeführt, auch in Europa, wo das sehr gut funktioniert. Und durchaus auch, man könnte auch in Österreich überlegen, ob man sowas nicht einführen sollte, um hier quasi die Politik ein bisschen zu zähmen, dass sie nicht das Geld mit beiden Händen ausgeben kann, ohne dass sie irgendwo Rechenschaft geben muss. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wenn jetzt die Schulden-Obergrenze komplett gestrichen wird, ist die Frage, ob dann nicht der Damm noch stärker brechen würde. Kommen wir jetzt zum Defizit. Die USA werden heuer 8,8 Billionen Dollar einnehmen, aber 10,7 Billionen Dollar wahrscheinlich ausgeben. Da bleibt ein Defizit von fast 2 Billionen Dollar übrig. Gibt es noch Spielraum für das Land, jetzt die Einnahmen zu steigern? Jetzt haben wir gerade gehört, Trump wird die Steuern wohl eher senken. Genau, also theoretisch gäbe es den Spielraum und das ist auch der Grund, warum die globalen Finanzmärkte hier nach wie vor sehr entspannt sind. Die USA haben eine Abgabenquote von ca. 29 Prozent, in der Eurozone liegt es im Schnitt bei 46 Prozent. Das heißt, theoretisch könnten die USA hier noch deutlich die Steuern anheben und würden immer noch unter dem europäischen Niveau sein und könnten so ihr Problem lösen. Wobei man natürlich bei diesem prozentuellen Vergleich schon dazusagen muss, dass in Europa natürlich das Gesundheits- und Pensionssystem sehr stark über staatliche Kanäle läuft. In den USA gibt es das auch. Das muss aber privat finanziert werden und dadurch scheint es in der Statistik nicht auf. Die Leute müssen das Geld aber trotzdem zur Seite geben. Aber grundsätzlich hätte hier die USA durchaus die Möglichkeit, hier noch etwas zu machen. Deswegen sieht es auch die ganze Welt entspannt. Und dann gibt es noch einen zweiten wichtigen Faktor. Das ist das sogenannte exorbitante Privileg des US-Dollars. Dieser Begriff wurde vom ehemaligen französischen Präsidenten Valéry Chiscard-Destinck geprägt. Und er hat damit gesagt, der US-Dollar ist halt die Weltreserve-Währung. Das heißt, egal, wenn die USA Geld drucken, wird es immer eine Nachfrage nach diesen US-Treasuries geben, in denen ja das Geld gedruckt wird, die neuen Staatsanleihen. Deswegen kann nie so ein griechisches Szenario passieren, wie es ja in Griechenland Anfang der 10er Jahre war, wo einfach das Vertrauen der internationalen Investoren verloren gegangen ist und Griechenland wirklich das Thema hatte, kein Geld mehr für seine Schulden zu bekommen. Das kann in den USA nicht passieren, solange der US-Dollar einfach die globale Leit- und Reservewährung ist. Und deswegen sieht es auch die ganze Welt ein bisschen entspannt. Und man weiß natürlich nicht, was passieren würde, wenn diese Verschuldung dann irgendwann einmal noch stärker steigt. Es hat schon eine gewisse Bedrohung und der IWF warnt auch und sagt, auch die USA müsste in den Konsolidierungskurs fahren. Aber derzeit, solange der Dollar so stark ist oder diese Rolle hat, haben die USA hier die Sicherheit. Und jetzt wird es natürlich spannend geopolitisch, wie wir sehen, dass zum Beispiel Russland, aber auch China auch und längst wieder beim Prix-Gipfel ein wichtiges Thema sich hier anschicken und hier eine Alternative aufbauen wollen. Sie wollen eben den sogenannten König-Dollar vom Thron stürzen, um eben hier den USA auch diese Macht zu nehmen. Derzeit sind alle ihre Versuche noch weit davon entfernt, auch nur ansatzweise irgendwie in die Richtung gehen zu können. Aber das ist ein Bestreben, das sie für dieses Jahrhundert ausgerufen haben. Und das wäre eine echte Bedrohung für die USA und würde dann natürlich auch wahrscheinlich für die gesamte Weltwirtschaft ein gewisses Chaos bringen, wenn dann eine USA, eine US-Überschuldung da wäre. Danke Jakob für den Überblick. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen.